ex zurück ex zurück ist so ein thema dass ich lustigerweise immer wieder angefragt werde was ich eigentlich nicht verstehen kann weil jeder der sich das video wie bekomme ich ihn zurück ich werde es verlinken von mir anschaut weiß eigentlich die weiß die steht nicht so aus dieses thema die hat also ihre ihre zweifel ja trotzdem und gerade deswegen vielleicht sogar ist es mir wichtig dass ich dieses video heute machen weil ich möchte nicht dass du verarscht wirst trotzdem geht es in dem video möglicherweise etwas anderes als du jetzt glaubst wenn es dich interessiert bleibt dran ihr lieben herzlich willkommen mein name ist sabine weiß ich führe mit herzmut eine digitale beziehungspraxis online quasi in die ganze welt hinaus in der ich menschen mit liebeskummer und rund um beziehungsthemen begleite und tatsächlich werde ich immer wieder zum thema ex zurück angefragt ich werde immer wieder gefragt ob ich das thema begleite ich werde nicht müde zu sagen schau dir zuerst mein video zu dem thema an und dann fragen mich vielleicht noch mal ob du das wirklich bei mir möchtest insgeheim denke ich mir jeder der mich das thema fragt und das video kennt fragt mich nicht ohne grund der hat vielleicht irgendwo tief drin selbst schon irgendwie die idee von wegen da ist was nicht ganz koscher und deswegen nehme ich vielleicht die und nicht wie in anderen worum geht es mir heute aber tatsächlich manchmal kommen leute nicht mit der frage ex zurück als erstes zu mir was kein großes wunder ist weil wie gesagt ich bin ja da wahnsinnig skeptisch so was tatsächlich passiert ist dass viele leute zuerst zu sogenannten ex zurück coaches gehen zu sogenannten ex zurück experten bei denen sie sich dann um viel geld beraten lassen einige monate bei der sache dranbleiben und dann nach einer gewissen zeit ehrlich gesagt wenn sie nicht mehr weiter wissen und das gefühl haben sie haben sich jetzt so verbogen dass sie sich überhaupt nicht mehr auskennen und das bringt überhaupt nichts mehr und wenn sie dann letztlich das vertrauen zu diesen coaches verloren haben dann kommen sie zu mir sind noch immer irgendwie unschlüssig hätten noch immer gern so eine ex zurück thematik haben aber obendrauf das problem dass sie jetzt sagen ich habe alles falsch gemacht das ist meine schuld dass es nicht geklappt hat weil dieser coach hat mir erzählt ich habe so gute chancen und das ist der punkt der mich so aufregt warum ich auch dieses video heute mache leute ich bin schon sehr lang ich mache das jetzt seit 2011 ja ich mache seit 2011 liebeskummer coaching wirklich ganz speziell rund um dieses thema alles was schmerzt ja und immer wieder habe ich leute die von anderen beziehungs coaches zu mir kommen und die mir erzählen weil ich frage dann immer nach haben was hatte dieser coach erzählt ja und dann erzählen wir die der hat mir erzählt das war bis jetzt vor kurzem immer so die chancen dass ich den zurückkriege oder die zurückkriege ist 50 50 finde ich an sich schon eine gewagte aussage habe ich nie unterstrichen nie glaube ich nicht ich werde auch noch erklären warum ja jetzt habe ich einen neuen klienten der mir sagt er war bei einem sehr bekannten ex zurück coach dem er seine situation geschildert hat und der ihm gesagt hat die chance dass er seine freundin zurückbekommt ist 80 prozent 80 leute da schlackern mir die ohren ich verstehe beim besten will nicht ich meine ja was ich verstehe ist dass dieser typ ja euch von hinten bis vorne das blau vom himmel runter erzählt damit er in eure geldbörse kommt ja das ist nämlich das schmäh wer euch erzählt also 50 50 ist schon eine gewagte tease glaube ich nicht glaub ich nicht ja 80 prozent augenausmischerei wer euch das erzählt verarscht euch klipp und klar lasst euch nicht verarschen von leuten die euch prozentuale quoten erzählen und auch wenn 50 50 plausibel erscheint erscheinen mag ja weil die hälfte der chance kann ja immer sein oder nein wie man in wien so schön sagt nein ja das geht sich nicht aus und weißt du warum weil jeder mensch der sich überlegt ob er sich trennen soll alle trennungsphasen alle durch läuft einzige ausnahme es ist eine spontan trennung weil der dich mit irgendwem an deinem bett erwischt hat weil du ihn in irgendeinem streit so getriggert hast dass er nicht mehr gewusst hat wie er anders reagieren soll und deswegen er oder sie den einzigen ausweg genommen hat den er gefunden hat und zwar die beziehung an sich zu beenden obwohl es eigentlich nur ein ausstieg aus dem gespräch sein sollte ja das sind die einzigen zwei momente wo jemand unüberlegt schluss macht und die chance tatsächlich vielleicht wirklich 50 50 ist dass er zurückkommt jeder andere jeder andere durchläuft die trennungsphasen schaut euch mein video dazu an es gibt zwei mittlerweile jeder andere durchläuft auf dem weg von wir sind eine glückliche familie wir sind ein glückliches paar hinzu mein schatz wir müssen reden trennungsphasen und nein die trennung von dir steht nicht am anfang der trennungsphasen sie steht am ende der trennungsphasen das ist auch genau der grund warum die leute die sich trennen wesentlich schneller ohne liebeskummer da draußen stehen als du weil sie den vor verlagert haben und schon die ganze zeit parallel hatten was heißt das aber auch der steht am abschluss einer entwicklungsphase und in dem moment wo der ausspricht in dem moment wo ein mensch egal ob mann oder frau oder whatever sex they may choose ausspricht es ist vorbei für mich hat dieser mensch zu 100 prozent eine entscheidung getroffen und dieser mal zu 100 prozent weg der ist zu 100 prozent weg den umzudrehen würde noch mal 100 prozent brauchen um diesen ganzen prozess wieder rückwärts ablaufen zu lassen nein das schaffst nicht mit einem wink of the eye ja und das schaffst nicht mit vorformulierten whatsapp texten und fotografischen hinweisen dazu wie du dein neues whatsapp foto dein facebook status und weiß da guck guck was alles mit bildern und so weiter unterlegen sollst damit er oder sie dich wieder sexy und attraktiv findet und wieder zurückhaben möchte ja sorry lass dich da nicht verarschen von solchen versprechungen das ist einfach nicht wahr und regt mich unglaublich auf und wenn ich sehe dass ich jetzt schon sieben minuten über das geredet habe so ich bin noch gar nicht beim eigentlichen punkt erstens dann sage ich das ich sage das immer alle diese kritikpunkte sage ich den leuten wenn sie zu mir kommen und mit dieser voraussetzung beginnen wollen mit mir zu arbeiten und dann kriege ich das antwort tatsächlich jetzt reales beispiel ja aber diese tricks funktionieren ja tatsächlich man hört ja auch dass die menschen sich so wie bei den autoverkäufern autos kaufen die viel zu groß für sie sind die viel zu unwirtschaftlich für sie sind und sie lassen sich ja dann vom verkäufer auch so ein auto aufdrehen und aufschwatzen also wenn es dort funktioniert warum soll es dann nicht auch in zwischenmenschlichen beziehungen funktionieren mhm joe na erstens hat deine ex oder dein ex partner ein auto das ihm aufgeschwatzt worden ist ist dein ex deine ex partnerin ein typ der sich von plumpen manipulationstaktiken gesprächstechniken reindrehen lässt ist das so ein mensch ja oder eher nicht ja weil möglicherweise ist allein deine annahme dass dein ex so manipulierbar ist schon einer der gründe warum dein ex nicht mehr da ist ja wenn du so eine niedrige meinung von ihnen hast aber lass uns mal im raum stehen und den gedanken ein bisschen sacken so aber mal angenommen sogar wenn angenommen dein ex deine ex partnerin lässt sich tatsächlich durch solche manipulationstaktiken wieder auf eine beziehung mit dir ein bravo warum ist die da ist die da weil die dich will weil der dich will oder ist er da weil du ihn rein manipuliert hast und musst du den rest deines lebens in dieser beziehung permanent darauf achten ihn mit weiteren manipulationstechniken in dieser beziehung zu halten cool also ich könnte mir schöneres vorstellen zum beispiel dass jemand mich aussucht mich auswählt und gern mit mir zusammen ist als nachher zu sitzen und zu sagen den habe ich ja zu mir zurück geholt ja was mich aber am meisten in dieser ganzen geschichte aufregt und der wichtigste punkt ist ist bei all diesen techniken die diese menschen von diesen ex zurück spezialisten lernen ja geht es nie never ever darum das eigentliche problem warum es zur trennung gekommen ist aufzuheben anzuschauen aufzuarbeiten und zu lösen sondern es geht immer nur darum mit bestimmten gesprächstechniken mit dem ex partner wieder ins gespräch zu kommen und das ist relativ easy ehrlich gesagt dazu brauche ich keinen 500 euro kolportierter stundensatz ex zurück berater nein wenn ich mit jemandem in kontakt kommen möchte schicke ich eine stinknormale nachricht und schreibt hey tut mir leid wie es gelaufen ist hast du lust dich zu treffen keine ahnung was ich muss nicht irgendein super tolles oder vermisst mich wenn ich jetzt sexy ausschau foto posten oder ich muss nicht ein foto von einem skiurlaub weil ich bin so aktiv und alles ist gut und weiß was machen damit mein ex partner mich wieder interessant findet glaub mir jeder der geht denkt so oder so auch drüber nach im normalfall ja und ich glaube dass wenn jemand zurück will wenn jemand zurück will wird der so oder so auch für sich gründe und wege finden das zu tun da kommen dann die blödesten ausreden wegen denen man wieder kontakt aufnimmt und das ist in ordnung hey what da kann man drüber stehen man kann sich denken das ist ja ein blödsinn dass ich mich jetzt wegen sowas fragt aber hey ist okay da hat jemand seinen ganzen mut zusammengenommen und ist wieder mit mir in kontakt getreten ja aber diese ganze geschichte mit ex zurück mit den techniken und den techniken es hat nichts damit zu tun dass die eigentliche problematik warum eure beziehung zerbrochen ist gelöst wird was heißt das dann dann hast du nämlich deinen ex partner deine ex partnerin tatsächlich wieder in einer beziehung vielleicht ja und was wird passieren sie wird dich drei wochen später wieder durch sonne und mit mond schießen und sagen hey es hat sich nichts geändert es hat sich fuck noch mal nichts geändert wir scheitern an den gleichen problemen wie vorher und wenn mir jemand kommt der sagt ich wollte mein leben lang keine kinder haben aber jetzt wo sie mich verlassen hat wegen einem kinderwunsch bin ich bereit zu übersiedeln und doch vater zu werden bitte da bleibt mir die luft weg da möchte ich einfach nur sagen hell no nein das kauf ich dir nicht ab das sage ich den leuten dann auch in der beratung ja das kauf ich dir nicht ab und das kaufst du dir nicht ab und vor allem dein ex deine ex kauft dir das nicht ab weil die kennt dich besser als du selber und wenn du jahrelang gesagt hast das und das ist für mich ein no go und möchte ich nicht ja und dann auf einmal weil jemand die trennung ausspricht ist man doch bereit so einen schritt zu machen na wie glaubwürdig ist denn das nein also zum thema ich will ihn zurück wie bekomme ich ihn zurück gibt es mein anderes video in dem die einzelnen schritte tatsächlich nochmal aufgezeigt werden von mir so wie ich glaube dass sie möglich sind trotzdem ich sag's nochmal in aller deutlichkeit die chance dass man einen ex zurück bekommt ist aus meiner sicht ganz 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 gering ich glaube an diese programme genau gar nicht ja wenn es um irgendwas geht wenn also wenn wirklich jemand eine empfehlung von mir haben möchte dann ist es die geht ja shit dann kriegt deine sachen auf die reihe kriegt deinen liebeskummer auf die reihe gönn dir abstand von dieser ganzen geschichte und schau mit abstand drauf was ist da eigentlich gelaufen mir geht es auch oft so dass ich mir mittendrin ich habe keine antau worum es da gerade geht und dann muss ich meine auszeit nehmen und abstand kriegen zu der ganzen geschichte und dann kriege ich irgendwie mit okay da ist der trigger gefallen da ist das gewesen da ist das gewesen und dann kann man es aufarbeiten und dann kann man schauen was ist gibt es da ein grundlegendes problem gibt es was was ist das thema ja und dann kann man auch immer schauen kann sich das wiederfinden kann sich das fügen auf eine neue art und weise wenn euch jemand wirklich liebt ist das völlig wurscht und wer ihr wenn mir noch einmal jemand kommt mit hoch ich muss ich muss exakt auf den tag genau sechs wochen kontaktsperre machen der nächste sagt im übrigen acht der andere sagt vier ja und was passiert ist dass du zuhaussitzen dir denkst ich habe zu lange kontaktsperre gemacht jetzt hat sie geglaubt ich bin ihr sie ist mir egal anstrengend viel zu anstrengen löse das problem und das erste problem ist schießen nicht aus deiner bedürftigkeit heraus das zweite ist was ist das eigentliche problem in der beziehung gewesen macht es wirklich sinn dass ihr zwei wieder zusammen kommt weil ehrlich gesagt die meisten ex zurück geschichten sind aus meiner sicht purer reflex warum du möchtest keinen schmerz spüren und bevor es ex zurück ist einfach einfacher als liebeskummer zu verarbeiten muss man ganz klar sagen ja trotzdem mein ganz großes meine ganz große bitte wirklich ja ich weiß da gibt es ganz viele kollegen da draußen ich weiß ich werde viel kritik für dieses video kriegen vor der kamera hinter den kulissen in den youtube kommentaren und so weiter und so fort weil ich mich hier ja auch mit einigen kollegen wirklich anlege damit trotzdem lasst euch nicht verarschen und zwar nicht von eurem ex oder eurer ex partnerin by the way von denen natürlich auch nicht ja aber wirklich wenn euch ein berater kommt und so ein versprechen macht das ist einfach unseriös und ihr braucht wirklich wenn ihr verstanden habt warum jemand gegangen ist braucht sie keine kommunikationsmasche wenn ihr das mal verstanden hat dann geht es nur darum euch ein herz zu nehmen ein herz zu fassen und zu schauen ob ihr wieder in kontakt kommt und dann von dort weg weiter zu schauen step by step dabei begleite ich euch gerne aber wer zu mir kommt und sagt ich will dieses und jenes und schreibt mir eine sms und diesen das no never ever ich glaube an das nicht und ich muss euch ehrlich sagen ich kenne viele kollegen die nicht ex zurück spezialisten sind die in einem ähnlichen bereich arbeiten wie ich die auch beziehungs coaches sind die das ehrlich gesagt ähnlich sehen warum das keiner laut ausspricht ist mir ein rätsel aber ich war noch nie bekannt dafür leise und bequem zu sein so heute also mal ein anliegen ein appell ja wirklich ich möchte euch da nicht eure hoffnungen zerstören ja ich bin der letzte mensch der die welt braucht mehr liebe ja aber auf sowas bitte lasst euch einfach nicht ein das ist einfach nur ich weiß gar nicht augenauswischerei ist noch der schönste begriff den ich verwenden kann dafür ok spread the word alles liebe